Hier in Duisburg-Hamburg, direkt hier am Amtsgericht gibt es, steht jetzt auch eine Ladestation. Man darf nicht drei Stunden stehen bleiben, sondern mit einer Partscheibe nach deutscher Norm, offiziell. Und das ist eine Subtifpol-Ladestation der Stadtbälle in Duisburg. Mal schauen, ob es irgendwo hier im Einsatz der Stadtbälle gibt, nein, hier bei McDonalds auch nicht. Und bei Burlaki natürlich auch nicht. Links gibt es auch noch ein Kaufland. Und hierland. Hier in Duisburg ist noch eine Seltenheit. Ich kenne die Ladestation bei Aldi in Neudorf. Und natürlich die neue Ladestation bei Lidl, ebenfalls in Neudorf, direkt neben Aldi. Hier in Duisburg steht auch eine Ladestation. Ich kenne die Verwerbhausstelle, die man da fühlt. Tschüss.